Hallo, ich bin schon da. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Mein Telefon klingelt. Ich geh mal kurz dran, bleib mal dran, bitte. Hat aufgelegt, auch gut. Wir sind heute hier, macht weiter, weiter, keine Angst, keine Angst. Hier heute EBS, European Business School Symposium. Drei Tage, jeweils 700 essen. Ja, reichlich. Heute Mittag sind 700, dann haben wir heute Abend nochmal 400 oder so. Also auf jeden Fall ein paar tausend essen. Ja, ich habe leider keine Zeit, Rezeptvideos zu machen diese Woche. Deswegen sind wir mit Emma, mit Katrin, guck mal, wer alles da ist. Wir dürfen in die Kantine rein. Hendrik ist da. Marcel ist da. Und wir machen halt hier so Faxen. Und heute Abend machen wir auch wieder Faxen, dann machen wir auch wieder Faxen. Und wir nehmen euch einfach ein paar Tage mit und machen zusammen Faxen. Okay, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aber ja, es ist doch schon Feierabend, Timmy. Was da los? Schon Tag drei. Haben wir gestern überhaupt irgendwas gefilmt? Du ja? Aber nicht mit mir, oder? Nein. Ja, okay. Na ja, Tag drei ist vorbei. Catering. Heute Abend machen wir noch ein paar Burger. Wir haben jetzt, keine Ahnung, wie spät haben wir denn? Halb zehn? Hey, neun erst. Das ist Afterparty. Timmy zeigt euch nachher auf jeden Fall noch ein paar Impressionen. Diese Woche war nicht viel mit Videos. Wir waren den ganzen Tag hier, morgens, mittags, abends, paar tausend Essen gemacht. Aber trotzdem cool, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche stehen wir uns wieder am Herd. Timmy, oder? Kauen wir was? Irgendwas mit Koriander. Ich hab' Bock. Okay? Okay? Okay. Okay. Ich hab' Bock. 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 Vielen Dank.